from under the unicorn's bush like that making your favorite comic his favorite comic priceless immer ein schönes bild euch beide lesen zu sehen is mine is my comic is my lieblings comic janik willst du vielleicht sagen wer du bist weil die leute die das alte video angucken erkennen dich gar nicht janik weil du jetzt ganz anders wieder aussiehst musst du dich erst mal vorstellen so einen namen und dann sagen wir warum das so anders aussiehst wie vorhin weil ich meine haare geschenken habe jetzt ist eine sommerfrisur was leben wir da annika erzähl mal tintin und du magst tintins das geheime ist von den einhorn und magst du es oder find es langweilig leaps then she resumes her course the two so so